Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Horizon Forbidden West. Ja, beim nächsten Mal haben wir den Langhals des Wüstengebietes hier geholt. Die Stillsande. Womit nun das Wüstengebiet so halbwegs aufgedeckt ist. Oh, das ist auch wieder eine Ruine, ist ja sehr schön. Ja, wir sind hier momentan an einer kleinen Side-Quest am Gange. Habe ich da unten? So, nee, das ist noch ein Weg hier hoch, okay. Ich wollte schon sagen, ne? Das Lagerfeuer hätte ich schon gerne. Ja, und hier gibt es wieder ein bisschen Kletter-Action. Ja, das solltest du wohl. Zum Glück kannst du das so gut, Eloy. Wo bist du eigentlich hin? Was ist denn da los? Lass hier doch runter. Und hier wieder hoch. Weil ist so. Weil ist so, ne? Okay, da oben haben wir das Lagerfeuer. Das Ziel der Begierde. Und damit hat man immer wieder einen schönen neuen Port-Punkt. Womit möchte ich das Spiel jetzt hier so weit, oder? Ich weiß es nicht. Lauf mal in die komplett falsche Richtung. Immer wieder schlau. Da liegt grünen Glanz. Yay. Das dämpft den Fall. Ach, da ist der Stachel. Vielleicht ist der Empfang direkt daneben besser. Enduring Victory. Vorratsabfuhr-Signal. Freund, ich bete, dass du rufen kannst. Nachricht. Enduring Victory. Interessant. Ich kann allerdings nicht orten, wo das Signal genau herkommt. Ich sollte der Bastlerin sagen, dass ich etwas mehr von der Nachricht habe. Hört sich an, wie etwas, was man an Sir Odorn schon erfahren hatte, oder? Kann die sein? Das wird eine Zertag-Agnutzung sein. Ach so, ja, mit den Seilen da. Aber für was soll ich die nehmen? Ich habe doch mal einen tollen Gleiter hier. Ich bin so traurig. Etwas, etwas daran erinnert mich an meinen Bruder. Möge seine Asche in der Schmiede warm bleiben. Ich weiß nicht genau, warum. Die, ähm, die, die, die Quelle kann ich immer noch nicht orten. Die Worte wurden stärker, als ich hierher kam. Und wenn du die Anlage bewegst? Schau, ob du anderswo ein stärkeres Signal kriegst. Selbst wenn ich den Tee nackt und Maschinen entginge, ich brauche den Stachel. Nichts empfängt die Worte besser. Okay. Eine Nachricht aus der alten Welt? Erfordert Methoden aus der alten Welt. Sie haben Signale lokalisiert, indem sie sie von drei Punkten abgehört haben. Je höher, desto besser. Dann kombinierten sie die Informationen, um die Quelle zu finden. Und so etwas kannst du? Ich denke schon. Aber dein Stachel ist nur ein Punkt. Ich brauche noch zwei. Beide hoch oben. Hm. Im Tenak-Gebiet nördlich von hier ist ein großer, heller Turm. Ja, das müsste gehen. Mir schwebt noch ein Ort vor, nahe meines, äh, Lagers. Moment. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Und wieso du all das für jemanden tust, den du kaum kennst? Aloy. Und weil ich wissen will, was da draußen ist. Genau wie du. Silger. Wenn du es findest, Aloy. Will ich gerne wissen, was es ist. Okay. Warum hätte mich da jetzt noch Brennsperre geschickt? Ah, ich muss da jetzt ganz hoch klettern, oder was? Aber dann suche ich mir das erste Mal hier den Unterschlupf auf. Anscheinend unten ist. Irgendwo. In einem Unterschlupf ist ja, wie bekannt, immer ein Lagerfeuer. Das bedeutet Schnellreise. Oh. Hier ist sogar ein Feuerglimmer. Das ist ja schön. Mit grünem Glanz und einer Aloy. Truhe. Sehr schön. So, na gut. Dann kümmern wir uns jetzt einfach mal um die Sidequest, hätte ich gesagt. Fangen wir mal hier im Brennsperre an. Welcher Turm ist gemeint? Wer hier? Ich meine, ich war schon mal ganz oben. Ja, aber... Was da jetzt irgendwas wäre? Oh, hier ist auch noch eine Sidequest. Vogelärger? Das Ding ist ein Fluch. Manchmal denke ich, Kommandant sein ist ein Fluch. Diese Yara lacht mich doch aus ihrem Grab heraus aus. Was ist los? Ihr dummer Vogel kam gestern mit dem hier im Schnabel. Ein Kabel, mit dem Tenaktkinder ihre Übungsschwerter tragen. Eine von den Sachen, die Kinder nicht verlieren, außer wenn etwas Schlimmes passiert. Ich habe mich umgehört. Ein Kind ist verschwunden. Wurde seit vorgestern nicht gesehen. Suchtrupps haben nichts gefunden. Der Clan hat Kinder verloren, aber nicht unter meiner Haubhut. Zeig mir das Ding mal. Hier ist etwas Quarz drauf. Vermutlich Sand. Etwas Schmutz und Lehm. Der leuchtet rot. Sand, Schmutz, roter Lehm. Man findet alle drei an einem Ort. Etwas südlich der Siedlung. Treff mich da, sobald du kannst. Warte, du willst nicht wen anders schicken? Was ist, wenn wir dein Relikt noch mal brauchen? Außerdem, du und ich retten ein Kind? Der Clan wird das lieben. Gut, denn dass du aussiehst wie ein Held, ist am wichtigsten. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Wem geht es doch nur um die Selbstinszenierung, oder? Ach, Heloi, wir waren schon mal hier oben. Zu Offscreen, aber wir waren schon mal hier oben. Wow. Was tun wir denn gerade, Heloi? Und ich bin ja auch... Ich bin ja auch schon mal runtergefallen. Als ich hier war. Oben gibt es, glaube ich, nur eine Truhe, oder so. Also ein paar... Items zum Verkaufen. Alter. Man sollte hier aber gut aufpassen. Hier. Eine große Truhe. Okay. Mal sehen, ob ich Silkas Signal empfange. Noch mehr von der Nachricht, aber nicht genug, um die Quelle zu finden. Wenn ich auf den Berg bei meiner Basis klettere, müsste es klappen. So, wo war jetzt hier das Lagerfeuer? Hier, Onimo! Da ist der Kampfzirkel. Wenn wir hier aber am Lagerfeuer landen. Aber ich glaube, ich gleite falsch. Ja, natürlich. Schön in die falsche Richtung, aber na gut, was soll's. Was soll man machen? Gut. Also, auf zur Basis und ganz hoch klettern. Hast du eigentlich noch irgendwas? Irgendwas Neues? Nicht wirklich. Soll ich irgendwas zum Verkaufen? Oh, Geld. Hab nicht mehr wirklich viel. Ja, die Herzen behalte ich mal. Weil ich nicht weiß, ob ich die doch noch für irgendwas brauchen werde. Deshalb bleiben die erste Mal in meinem Besitz. Ich hab mal diesen Pfad hier. Mann, Eloy muss aber echt Kraft haben. Gut, der Baum wird wahrscheinlich schon ein bisschen Morscher gewesen sein. Weshalb das möglich ist, aber was war das gerade? Am liebsten ausweichen. Ich hau euch kaputt. Keine Waffe. Du Känguru für Arme. Ich hab mal diese Känguru für Arme, ey. Was wird das denn gerade? Eine Dark-Kapsel oder was? Vermutlich. Da liegt noch was. Eine Kiste mit Geld. Sehr schön. Äh, ja. Sieht aber überhaupt nicht gefährlich aus. Na gut. Was ist hier schon ungefährlich in dieser Welt? Wie froh bin ich, diese Kletterpunkte hier aktiviert zu haben. Ziemliche Kletterei. Du wolltest ja hier hoch, Eloy. Hat dich ja keiner zugezwungen. Vor allem, dass er, dass er die Hände hier nicht einfrieren, ne? Bei der Kälte. Und dass die hier auch nie abrutschen kann. Echt? Hätte ich nicht gedacht, Eloy. Die Tür sind hier auch noch... Grau habe ich da, oder? Ja. Äh, wo muss ich denn lang? In die Richtung? Wahrscheinlich da rauf. Ich glaube, ich versuche mal, die Grau habe ich zu ignorieren. So gut es geht. Solange die mich in Ruhe lassen, lasse ich die auch in Ruhe. Ich will ja gar nicht mal so sein, ne? Eigentlich solltest du da auf die andere Seite springen. Wenn du hier anscheinend nicht hoch willst. Das sah seltsam aus. So ein bisschen. Genau, das grünen Glanz. Den nehmen wir doch mal mit. Wenn wir schon hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir das auch mit. So, haben wir es jetzt aber endlich mal geschafft? Immer noch nicht. Welchen Berg willst du hier bitte? Eloi. Wo willst du dieses Signal, äh, orten? Ich begreife es gerade. Ehrlich ist es nicht. Bin ich jetzt umsonst hier hochgeklettert? Oder soll ich erst die Maschine erledigen? Ernsthaft? Warum soll ich die jetzt erst besiegen? Ich glaube, er fliegt mal runter, ne? Zia! Was ist denn? Was ist denn? Ist schon ein besiegt? Wow. Wer ging das denn? Komm, zeig dich. Ah, er ist, er ist tot. Ich muss noch höher klettern. Gut, okay. Den kleiner Weg schneide ich jetzt aber raus. Ja, den hatten wir ja eben, Eloi, ne? Aber du musstest ja erst die Maschinen killen. Warum auch immer. Ich muss nur hinkommen. Ich krieg bestimmt ne gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite. Jo. Aber ich glaube, wir gleiten nicht darunter, sondern... Nehmen einfach mal ein Schnellreis-Paket und reisen schnell hier rüber. Spart mir ein bisschen Zeit. Ah, das ist das Gebiet, wo die Panzerschnapper waren. Oder der Panzerschnapper. Wo ich den das erste Mal bekämpfen musste. Also zum Farmen bekämpfen musste. Mein Fokus empfängt das Signal, das Silker gefunden hat. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich nach dem Ursprung suchen kann. Lol. Das ist das erste Mal, dass ich den gehört habe, dass der... Geräusche von sich gegeben hat. Geräusche von sich gegeben hat. Geräusche von sich gegeben hat. Kapitisch. Sie ist gelähmt. Nein, daneben. Aha. Ja, irgendwie muss ich sagen, ich mag die Dinger. Die haben was. Wenn man sie... richtig benutzt. Kann das Teil, glaube ich, guten Schaden machen. Also gerade, wenn man im Endgame wahrscheinlich ist. Kann dieser Hexerhandschuh gewiss ganz nett sein. So, das ist nur die Verwüsterkanone. Ach, da ist auch noch einer. Lauf nicht weg! Muss ich immer noch die Maschinen killen? Ja. Ach so, jetzt noch ein Brüllrücken. Hm. That ist echt ein Brüllrücken. Hm. Vorher curve ich beim Ge circumstances. Oh meinst dir das. B six. Was ist das? Es gibt noch mehr. Geht doch, ich hasse diese Lanzenhörder nebenbei. Ich glaube, das ganze Gebiet hier ist doch noch größer als gedacht. Ah, hier. Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö tauchen. Nicht, dass wir gleich abmurksen. Ja, ich merk's. Das war mehr als knapp. Ich denke nur an die guten Dinge und ich denke an sie. Wenn die Doppel entkommt. Klingt, als wäre er ihr sehr wichtig gewesen. Das wird Silger erfahren wollen. Und der Sender darin, der die Nachricht übertragen hat, wird sie sicher interessieren. So, ich hab mir noch die Truhe da unten. Jetzt haben wir ja ungefähr ein bisschen mehr Zeit. So, und ein kleiner Trick. Man kann hier theoretisch mit dem Schnellreizpaket unter Wasser auch die Schnellreizfunktion nutzen. Ich sollte das Wasser abschütteln. Womit man, äh, sich einen Notfall aus einer Bremsling-Situation vorm Ersaufen retten kann. Lauf ich gerade richtig? Ich laufe gerade richtig. Und ja, so rettet man sich jeden vom Ersaufen, solange man diese Tauchmaske noch nicht hat, die ich endlich mal haben will, ey. Es nervt. Das hier hat mit deiner Anlage gesprochen. Das ist alte Weltausrüstung zur Kommunikation über weite Entfernungen. Die Nachricht wurde gestoppt, als ich sie nahm, aber ich hab die Nachricht gehört, von der die Stimme sprach. Wie lautet sie? Während eines alten Krieges wollte eine Frau einem Mann, den sie kannte, Vorräte schicken. Sie wollte ihm mitteilen, dass ihre Unstimmigkeiten nicht mehr von Bedeutung waren. Dass sie an ihn denken würde, wenn das Ende käme. Oh. Wir sind wohl irgendwie seelenverwandt. Ich wünschte, ich könnte meinen Bruder so eine Nachricht senden. sagen, dass ich ihm vergeben habe. Das hätte er gewollt. Das weiß ich. Dieser Mann, der, der Alte, hat er die Nachricht je gehört? Ich glaube nicht. Tja, das ist wohl oft der Lauf der Dinge. Doch bei, bei der Stärke dieses Geräts konnte die Senderin hoffen, dass er es, es gehört haben könnte. Tolle Sache, Nachrichten nach nah und fern zu schicken. Kann ich das behalten? Es ist ein Schatz. Natürlich. Danke. Manchmal erfahren Menschen nie, was sie wissen sollten. Aber mit diesem Ding kann ich sie vielleicht miteinander sprechen lassen. Den ganzen Weg von Hauptquell bis wer weiß wohin. Hey, ich habe in dem Lager noch ein paar Dinge gefunden. Vielleicht kann ich daraus etwas herstellen. Kann ich deine Werkbank benutzen? Na klar, gleich da hinten. Jederzeit, Aloy. Sie gehört dir. Ich glaube, ich weiß, was ich mit den Teilen machen kann. Okay. Ah, neuer Stachelwerfer. Das ist ja schön. Ist das nicht sogar einer? Ja, ich glaube, das ist so mit so einem Thriftbike heißen die, glaube ich. Und schon ein neues Level ab. 7,3 sind wir schon. Wunderbar. Okay, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, war es das mit Horizon verbinden, was ist für heute? Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein bisschen Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch gelassen. Ja, mit einer kleinen Bekündung, was ihr gefallen hat und was nicht. Und ja, bin mir froh, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir eventuell mal langsam in Richtung Mainstory weitergehen, mal gucken. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.